Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der Subwoofer der Victor Prime Serie überzeugt durch ausgesprochen satte Klänge und einer relativ gute Dynamik, die sowohl bei Musik als auch Film genuss ihre Stärken ausspeilt. Durch das große Volumen und die gute Bauart liefert der Subwoofer so selbst den relativ tief abgestimmten Stand und Lautsprechern der Victor Prime Serie noch zusätzliche Dynamik und verbessert das ohnehin schon gute Klangerlebnis weiter. Die Bassleistung ist dabei für die Preis- und Leistungsklasse überaus gelungen. Für die Qualität eines Subwoofers ist jedoch neben den satten Bassklängen insbesondere die Tatsache wichtig, dass er akustisch nicht zu orten ist, dass es beim Victor Prime Subwoofer gerade in den unteren Frequenzbereichen nicht möglich, so dass man den Subwoofer ohne Probleme auch mit Regallautsprechern nutzen kann und nichts von dessen Reiz verloren geht. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.